Hallo zusammen, ich bin's wieder, Tobi Beuchert mein Name und heute geht's um nichts Geringeres als schwarze Löcher. So ein bisschen habe ich schon drauf gewartet, denn bis vor ein paar Jahren war das noch genau mein Forschungsfeld. Bei der Frage, wo ich anfangen soll, ist mir dieser Glasblock hier eingefallen. Was wir hier sehen, ist eine ganz tolle Art, um komplexe Daten anschaulich darzustellen. Hier sind die Bahnen von Sternen, nicht von Planeten, um das Zentrum unserer Milchstraße in diesen Glasblock eingelasert worden. Das ist also eine dreidimensionale Darstellung von echten Daten, aufgenommen mit echten Teleskopen, unter anderem auch mit Teleskopen der europäischen Südsternwarte. Im wissenschaftlichen Journal, abgedruckt auf zweidimensionales Papier, sieht es übrigens so aus. In dem Glasblock war das Bild zwar dreidimensional, aber immer noch statisch. Hier im Planetarium dagegen können wir uns das Ganze in dreidimensionaler und animierter Form anschauen. Der Innerste dieser Sterne bringt es übrigens auf beinahe 30 Millionen Kilometern pro Stunde. Das sind ganze 2,5% der Lichtgeschwindigkeit. Naja, und so eine hohe Geschwindigkeit braucht er auch, damit Astronominnen oder Astronomen während ihrer Lebenszeit beobachten können, wie dieser Stern in der Entfernung von 26.000 Lichtjahren einen ganzen Umlauf um das Zentrum unserer Galaxie schafft. Und nochmal, hier vollziehen also Sterne, andere Sonnen, Bahnen, wie wir sie bisher nur vom Planeten um Sterne gewohnt waren. Und Sterne, die sind auch viel träger als Planeten. Unsere Sonne zum Beispiel hat hunderte tausendmal mehr Masse als unsere Erde. Es muss also etwas in diesem Zentrum sein, was sehr viel mehr Masse hat als die Sterne, um solche Sterne auf Umlaufbahnen zwingen zu können. Blöd nur, dass wir auf Fotos von Teleskopen gar nichts finden können. Laut der Arbeit von Andrea Gess und Reinhard Genzel muss sich hier im Zentrum also ein sogenanntes supermassives, kompaktes Objekt befinden. Mit anderen Worten, höchstwahrscheinlich ein ziemlich schweres schwarzes Loch mit einer unvorstellbaren Masse von knapp 4 Millionen Sonnen. Also wirklich ziemlich viel. Für diese Erkenntnis teilen sich die beiden seit dem Jahr 2020 übrigens den Physik-Nobelpreis. Aber eins ist klar. Bisher hat die Menschheit noch kein echtes Foto von diesem schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße sehen können. Man hat dieses schwarze Loch wirklich nur aufgrund seiner Auswirkungen auf seine Umgebung nachweisen können. Und diese Umgebung können wir mit Teleskopen auf der Erde durchaus beobachten. Ja, dann lasst uns hier im Planetarium doch mal eine Simulation anschmeißen und so tun, als könnten wir wirklich dorthin fliegen. Wir befinden uns hier gerade an einem unserer Großobservatorien in Chile, dem Paranal-Großobservatorium. Unsere Galaxie, die Milchstraße, die sieht man als helles Band am Himmel, viel deutlicher als hier bei uns in Garching. Und der Pfeil des Sternbilds des Schützen, wie hier gezeigt, zeigt auch direkt auf unser Ziel das galaktische Zentrum, hier inmitten der Milchstraße. Wie könnte es denn jetzt aussehen dort im galaktischen Zentrum? Das verrät uns ein Flug dorthin mit unserer Simulation. Natürlich eine ziemlich unrealistische Reise, denn alleine das Licht vom galaktischen Zentrum zur Erde ist bereits 26.000 Jahre unterwegs. Nicht vorzustellen, wie lange unser Raumschiff bräuchte. Wir starten trotzdem mal von der Erde los hier, sehen auch gleich die Atmosphäre hier aufblitzen, dadurch, dass die Sonne sie von hinten bestrahlt. Ein wunderschöner Anblick auf unseren Heimatplaneten, den wir aber sogleich auch hinter uns lassen werden. Wir entfernen uns nämlich in wenigen Sekunden aus unserem Sonnensystem und wagen eine Reise hindurch, durch die vielen, vielen anderen Sterne, bis zum Zentrum unserer Milchstraße. Ja, wie könnte es dort aussehen im Zentrum? Hier sehen wir eine künstlerische Darstellung des Schwarzen Lochs und seiner Umgebung. Das ist eine Darstellung, die basiert auf allem, was wir wissen über die Physik dieser Umgebung des Schwarzen Lochs und die Physik des Schwarzen Lochs selbst. Die Umgebung, die muss ziemlich komisch aussehen, wie hier gezeigt. Das Schwarze Loch vereint nämlich so viel Masse auf engstem Raum, dass ganz nah am Schwarzen Loch Licht auf krummen Bahnen läuft. Komisch, oder? Ja, je näher so ein Lichtteilchen nämlich an das Schwarze Loch kommt, desto stärker wird es abgelenkt, bis es irgendwann, naja, in Kreisen läuft. Und dieser letzte Tanz des Lichts ums Schwarze Loch findet am sogenannten Ereignishorizont statt. Das Wort kennen vielleicht viele von euch schon. Und da es sich in Kreisen befindet und da das Licht in Kreisen läuft, findet es auch seinen Weg in die Teleskope auf der Erde nicht mehr. Und Licht, was diesen Horizont durchdringt, kommt definitiv nicht mehr raus. Daher ist das Schwarze Loch auch, naja, schwarz. Ereignishorizont ist übrigens ein ziemlich komischer Name, denn eigentlich passiert da gar nichts. Es gibt da weder eine Oberfläche, auf die man aufschlagen könnte, noch irgendeine apokalyptische Wand aus Feuer. Die Masse vereint sich nämlich tatsächlich an einem Punkt ganz im Zentrum, der sogenannten Singularität. Und nur mal zum Vergleich, diese schwarze Kugel hier, dieser Ereignishorizont, ist ca. 30.000 Mal kleiner als die Umlaufbahn des innersten Sterns, den wir vorhin gesehen haben. Unsere Sonne, die ja durchaus eine Oberfläche hat, sogar eine ziemlich brodelnde Oberfläche, die ist nur ca. 70 Mal kleiner als die Größe der Umlaufbahn des innersten Planeten, nämlich Merkur. Tja und aufgrund der krassen Entfernung dieses supermassiven schwarzen Lochs von der Erde, war es mit unseren Teleskopen noch nicht möglich, die Umgebung eines solchen supermassiven schwarzen Lochs, wie ich es euch hier im Planetarium zeigen konnte, zu fotografieren. Mit der Betonung auf bisher, mehr dazu im nächsten Clip. Wie Rất der 위해서, mehr St. Louis und Sohn, die bislang des inneristes, der Ereignishore auswietet. Vielen Dank.